Hallöle Na gut, das klingt jetzt irgendwie doof Aber egal, das sind wir wieder Christian Pascal Ragekorb Sag dich das war's gut Ähm, jetzt die Mission Ungebetene Gäste Hab gehört, dass sich einige Typen hinten bei Sally versteckt hielten Bis der richtige Zeitpunkt gekommen war Und dann Ja, also ist es Fangen wir erstmal unsere Waffen an Ja, diesmal bin ich zufrieden mit unserer Waffen Ach Wir sind ja hier Nein Die Fischer sind richtig scheiße Die kommen in der Story erst später Aber die Fischer, das sind keine Mutanten mehr dazu Ähm, hier Die, genau, Regierungen Das, das Wort hab ich besucht Wunderbar Ich hab die Einleitung aber nicht gelesen, tut mir leid Aber ich weiß, dass das Regierungsbaptist Aber ich bin nicht aufs Wort Wunderbar Dann bin ich nicht aufs Wort Das ist eine gute Anlagen Ich hab' nur noch Wunderbar Ich hab' nur noch Wunderbar Ich hab' die Anfällig für's Ruf Ich hab' nur noch Wunderbar Ich hab' nur noch Wunderbar Ich hab' nur noch Wunderbar Ich hab' auch noch Sind wir jetzt Die Geile Munition Ich hab' nur noch Was? Ja, das ist irgendwie die KM-2000-Munition, also du kannst mal gucken, wenn du hier gedrückt hättest, äh RB, aber egal, das gibt es nicht, nein, nur ich benutzt, nur ich benutzt, ist okay, hoffentlich, weiß ich nicht, aber egal, ich finde es gut, siehst du, ja, wir haben nur die KM-2000-Munition, die AV-2-Munition, die AV-2-X-Munition, die Viecher sind dafür anfällig, weil die, glaube ich, irgendwie so Romopanzerung haben, ich werde jetzt schwer, ja, okay, kriegst du ja los, das hätten wir taktischer machen sollen, das Ganze, ich war nicht darauf vorbereitet, dass es für sich Regierungsrauben fragt wird, die Kerle können ernsthaft ihre eigene Schutzschuldung, das ist ja scheiße, Ich war nicht so wahr, wie du bist, der Kerle ist ganz hinten bei mir, der jetzt auf dich fließt, ich weiß es nicht, Jetzt kommt direkt ein neuer, also sind noch zwei Feinde da, drei Ich bin dran, Christian, wir werden sowas von verkacken, diese Mission, ne? Wie, da ist ja noch ein Fall, nein, oh Gott, scheiße, mein Gott, wieso habe ich schon immer keine Defizien, Nein, ich verrate mir das mal zu Geil, er ist noch gestorben Ich versuche hier gerade, diese Generator zu bearbeiten, und da ist immer so ein Scheißer, der mich immer dabei stört, und ich weiß einfach nicht, wo der Kerl ist Wir gehen runter Nein, das ist kein Selbstschuss allein Da ist er ja, da ist er ja Ah, es gibt nichts, boah, ich dachte sogar Ach Ach Hier möchten wir sie noch einmal daran erinnern, dass es strengstens verboten ist, Mitgliedern der Widerstandsbewegung oder anderen Regierungsgegnern unter Schlupf zu gewähren, ihnen zu helfen, oder mit ihnen zusammenzuarbeiten Wer derartige Verstöße nicht meldet, macht sich nach Regierungsverfahren auf den Kopf ab Da, da steht er, er blinkt Da, genau Nein, 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 Christian, dafür wirst du dein Ich wette, wir werden die Raketenwerfer nach vorne Also, wir müssen nichts Meine Güte, nee Volles Rohr Ich war ein Achtung, ey Das geht dann Was Da, das ist Homö nourr Ich bin so an die Battlefield 3 Steuerung gewöhnt, ne? Ich kann mich gar nicht mehr hinkaufen. Boah, Christian, wie kriegst du jetzt noch ein Assist? Wie gekommen? Die... Die musst du erschießen während die landen. Dann schießende Granaten, wer fährt einfach zu mir. Da sind viele. Mit dem Raketen greifen ich auch. Christian, ich lüge nicht, wenn ich sage, ich bin am Ar... Ach, du Scheiße. Ah, weißt du noch? Ah. Nein, warte, genau, jetzt. Wunderbar. Die sind alle bei mir hinten in der Ecke, Granaten. Oder das, genau. Schieß. Schieß einfach, genau. Sehr schön. Das ist ja ein Schlicksil von kurz und ich etze plötzlich mit einem Raketenwerfer. Nein. Schätze, ich sollte meine Version der Story nochmal checken. Erneut Versuch, ne? Christian, wie lange haben wir noch? Zwei Minuten. Zwei Minuten. Zwei Minuten. Zwei Minuten. Zwei Minuten. Untertitelung des ZDF, 2020